ja mein name ist carlos martins es ist dienstag der 23 november 38 und wir platzieren unsere big number und das bedeutet wir gehen short bei 15 9 92 oder long bei 16 07 und wir sind just in dem moment jetzt live 38 short und multiplizieren bei 16 07 und ein kleines dezentes risiko bleiben direkt hier dort und gehen einmal heute gemeinsam mit den youtuber hier mal in die dailies rein ich werde hier noch mal einmal das radar platzieren heute noch mal ablauf 10 uhr 5 denn heute wieder das denn mit den neuigkeiten aus den aktienmärkten 10.05 heute und die sprechstunde heute die wird leider nicht von mir gemacht weil family auch kinder leicht erkältet und ich muss heute beim papastag bisschen früher zu hause sein okay so wir haben einmal gold wer also gold traden möchte es ist nicht ein richtiger konter trade deswegen lasse ich mich oder halte ich mich hier raus wir sehen es hier das ist die range im gold aber sonst wäre es ein signal schweizer franken yen sehen wir dort der trade ist in den gewinn gelaufen dann haben wir die dax dax heute abend ein short setup vielleicht kommen wir morgen rein dauert jones auch britisch von austral dollar ist in den gewinn gelaufen britisch von kanadisch dollar sind wir long der kommt auch britisch von schweizer franken ist in den gewinn gelaufen britisch von neuseeland und euro stocks ist wer gestern abend die tagesstrategie getradet hat ist jetzt in dem gewinn gestern abend also im stocks uk 100 ist auch ein short setup hier ja alle anderen gibt es aktuell nicht und wir sind short im dax mit der big number schauen wir uns die blue box mal von gestern an wir haben die 22 31 er kommt für uns nicht in frage und dann haben wir gestern hier der big aufschaukelung bei einer vola box und dort sind wir rausgekommen aber haben ein nicht ein trick aber haben den neunten tritt praktisch nicht ausführen lassen da haben wir auf angepasst bzw einstieg ausgedrückt und natürlich was die meisten leute gestern vergessen haben man sollte auch dann im konto in seiner konto in seinem terminal denn die gegenposition auch rausnehmen ja und wir sind gestern hier rausgegangen ansonsten gab es da gestern 21 er box die ist direkt hier wir sehen 18 und ist dann hier im ersten ende gewinn gekommen das sind die blue boxen was gibt es an wohler boxen heute wir sehen den kurs wir haben ein mini gap hier oben gesehen es bei 16 69 wo kommen die blue die vola boxen rein ihr seht aktuell wir haben ein kurs von 16.000 107 das heißt wir haben hier wirklich eine big number als vola box das heißt auch hier wieder kein hedge auf lösungs trade warum weil wir direkt am eröffnungskurs dann aktuell sind dass die vola box und jetzt gehen wir in die wetter großlage wir sind schon nach wie vor fangen an oben im dax nehmen die zick zack linie als grund element für morgens den bereich ort gehen daily sehen wir immer noch lang im dax vier stunde sind für short stunde short 30 short 15 short 5 short also dax bis auf den tageschart sind wir short stunde short nächster mark ist gold gold auf daily long vier stunde short 30 short 15 short und 5 minuten auch short aktuell kommen wir zu den jr ewing trade und zwar öl öl sind wir short im tageschart vier stunde sind für short stunde sind für short 30 sind für short 15 sind für short und 5 minuten auch short auch hier klarer tendenz jetzt erstmal richtung süden nasdaq technologie börse die long vier stunde long noch stunde short 30 short 15 schort und 5 minuten auch short vier stunde short stunde short 30 short 15 short und 5 minuten auch short gehen wir weiter runter und fangen an hierbei bitcoin daily sind wir noch lang vier stunde short stunde short 30 15 short und 5 auch short ethereum daily long vier stunde short stunde short 30 short 15 short und 5 short und ich sehe gerade hier in dem wir quatschen und den wetterbericht uns anschauen sind wir im dax raus eröffnung straight ist draußen in dax short und big number dreimal dürfen wir die big number traden das heißt wir gehen hier noch mal rein short im der big number und ich verabschiede mich somit auch jetzt schon bei den youtube land das war der eröffnung straight live 8 uhr 36 und wünsche allen ein frohes trading gutes trading wir machen hier im live trading um weiter